In diesem Video die wichtigsten Erkenntnisse zum E-Scooter fahren, zum Modell ES2 bzw. ES4, sowie die Probleme, die dieses Gerät in das E-Scooter fahren macht, Problemlösungen, Tipps und Tricks. Wenn du mit einem E-Scooter fährst oder vor hast zu fahren oder einen zu kaufen, dann empfehle ich dir, dieses Video unbedingt anzusehen. Ich werde in diesem Video zusammenfassen, was wir so in den letzten 6 Monaten hier auf meinem YouTube-Kanal in Erfahrung bringen konnten, welche Erfahrungen ich machen konnte. Das ist ja schon der dritte E-Scooter, den ich in einem halben Jahr jetzt neben mir stehen habe. Aber vor allem, wie gesagt, auch die wertvollen Kommentare aus unserer Community möchte ich in diesem Video zusammenfassen, sodass wir hier gebündelt diesen wertvollen Austausch auch gegenseitig fortsetzen können, denn davon können wir alle massiv profitieren. Wie gesagt, vielleicht jetzt kein so ein extrem spektakuläres Video, aber ich denke, es zahlt sich aus, sich die Arbeit für uns alle zu machen, das mal zusammenzufassen. Ich werde versuchen, das jetzt möglichst kurz und bündig abzuhandeln, denn es gibt ja einzelne Videos jeweils zu den Etappen, die ihr euch in der Playlist ansehen könnt, wo ihr auch die ganzen Kommentare drunter habt. In dem Video möchte ich jetzt versuchen, alles zusammenzufassen. Ich verlinke euch aber auch die gesamte Playliste. Bitte natürlich gerne, gerne durchschauen, bevor ihr das Video schaut oder auch nachher unten in der Beschreibung, beziehungsweise am besten gleich hier, da findet ihr die ganzen Videos und da findet ihr auch all die Kommentare, die so wertvoll sind von den Zusehern aus unserer Community, wo ich wirklich auch sehr, sehr viel lernen konnte, wo ein ganz, ganz wertvoller Austausch stattfinden konnte. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle und ich finde es toll, dass so viele Leute und eben wir alle davon profitieren können. Ja und damit hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal rund um das Thema Mobilität, Führerschein und Zukunft. Mein Name ist Bernd Hummel und jetzt ist auch dieses Mikrofon an, ja, habe ich vorher gerade vergessen, einzuschalten beim Intro. Ja, versuchen wir das wirklich möglichst schnell durchzugehen. Vielleicht ganz kurz vorweg, ich bin nach wie vor prinzipiell von der Art der Mobilität begeistert. Wo gibt es eine Möglichkeit, so kostengünstig zum Beispiel von mir zu Hause die 8 Kilometer in die Innenstadt zu fahren, keine Parkgebühren, umweltfreundlich und jetzt, wenn die Leute sagen, ja, du brauchst aber Strom, ja, also wenn man vergleicht, selbst ein Elektroauto, ja, wo das ja als umweltfreundlich oft gezählt wird, wenn man das vergleicht mit dem E-Scooter von Energieeffizienz, ich habe hier glaube ich das Ding hat 12 Kilo circa, stimmt das, was ich sage, ja, dann kann man sagen, bloß mein Körpergewicht, dass wir hier natürlich wesentlich effizient unterwegs sind, also mit einem Auto vom Verbrauch her und von den Kosten genauso eine Fahrt hinein kostet, vom Strom her ungefähr 3 Cent, wobei ich ja meistens dann noch direkt in der Garderobe dort bei der Veranstaltung, wo ich hinfahre, auflade. Ja, gut, darum soll es aber nicht gehen, es soll jetzt um zwei Erkenntnisse gehen, die mir dann teilweise das Ganze doch vermisst haben und die man auf jeden Fall hören sollte, vor allem, weil es auch teilweise einfache Lösungen gibt, die einem in der Situation, wenn man irgendwo steht und das Ding plötzlich nicht mehr geht, sehr helfen können, die auch mir sehr geholfen haben. Vorweg, vielleicht gehen wir das wirklich stufenweise durch, ich habe das Ding im Oktober gekauft, habe dann das Ding zusammengebaut, ihr wisst, man muss ja diesen, man muss es dann aufklappen, dann muss man diesen Kopf zusammenstecken, oben montieren, habe ich ein Video dazu gemacht, könnt ihr euch anschauen, wie ich das am Anfang montiert habe, ist aber weiter nicht so schwierig, und den Zusatzakku drauf montiert und bin dann damit losgefahren und bereits am zweiten Tag gab es das bekannte Lichtbremseproblem, das heißt bereits am zweiten Tag bin ich wieder zum Media Markt und musste das Gerät umtauschen, wurde mir dann einfach gegen einen neuen umgetauscht, einen neuen, naja, da sind wir schon bei einem wichtigen Punkt, Version 1 und 2, die von dem Kleber abhängt, aber mehr dazu gleich in weiterer Folge, also ich habe dann einen neuen E-Scooter bekommen, den wieder zusammengebaut, da beschreibe ich auch das Lichtbremseproblem genauer, das ich jetzt anspreche, findet ihr hier eben das Video dazu und leider kam dann der Wind und dann bin ich nicht so viel gefahren, dann kam das früher und dann habe ich auch mal einen Test gemacht, weil mir aufgefallen ist, dass die, also man muss sagen, jetzt vielleicht kurz zusammengefasst, ES2 versus ES4, da haben wir auch ein Video dazu gedreht, ob man den Zusatzakku braucht oder nicht, was der bringt, habe ich in Zürich mit einem Freund, da habe ich das Ding nach Zürich mitgenommen, das war so ziemlich einer der ersten Fahrten nach dem Winter und da haben wir den verglichen, der Thomas Sparkoyote hat einen ohne Zusatzakku damals gehabt in Zürich und ich habe den von mir mitgenommen, wo der Zusatzakku seinerzeit montiert war, warum der jetzt nicht drauf ist, keine Sorge, kommt gleich noch und haben das da verglichen, könnt ihr euch das Video auch anschauen, ist auch in der Playlist, also ihr findet das alles in der Playlist, die unten in der Beschreibung ist, die einzelnen Videos, sind auch ganz nette Aufnahmen drin, also gerne, wenn euch das interessiert, das Thema Zusatzakku auch genauer ansehen, wo wir das eben genauer erläutert haben. Ein Hauptgrund, der für den Zusatzakku spricht, ist vor allem die Reichweite, ohne geben die 25 Kilometer an, mit 45 Kilometer, ohne kommt man in Wahrheit wahrscheinlich circa 10 Kilometer, aber mit ist wirklich eine geile Reichweite erreichbar, also ich bin damit sicherlich schon um die 30 Kilometer gefahren, wobei man hat ja auch das Ladegerät mit und lädt dann meistens, wenn man irgendwo hinfährt, dann zwischendurch wieder auf, aber wie gesagt, also mit Zusatzakku komme ich locker in die Stadt rein und auch wieder zurück, ohne geht es sich ganz knapp nur in die Stadt aus, das ist der Hauptgrund, der dafür spricht. Mit Zusatzakku auch deutlich bessere Beschleunigung, ich komme die Steigungen mit Zusatzakku rauf, ohne komme ich die Steigungen nicht rauf und ja, geschwindigkeitsmäßig kommt man auf 30 kmh mit, auf 25 circa ohne, das ist vielleicht die Zusammenfassung auch der Erkenntnisse vom Zusatzakku, wie gesagt, haben wir in einem eigenen Video getestet und ich werde auch in einem Teil 2 dieses Videos nochmal genau testen, wie weit ich komme ohne Zusatzakku und warum das auch vor allem aufgrund der Gesetzesänderung, die ich heute empfangen habe vom Fachverband und die mit Juni in Österreich gültig ist, ein großes Fragezeichen ist, ob man diesen Zusatzakku tatsächlich montieren soll oder nicht, aber mehr dazu später, wir sind jetzt der Reihe nach bei den Erkenntnissen. Was aber eine Erkenntnis war, das ich der Reihenfolge nach jetzt hier erwähnen möchte, ist, wenn man einen Zusatzakku drauf hat, 30 kmh ist relativ schnell und da werden sich vielleicht genau an dieser Stelle jetzt schon manche denken, naja, wie bremst das Ding eigentlich und meine Meinung nach ist, dass dieses Ding allgemein, ob mit oder ohne Zusatzakku nicht besonders gut bremst und mit ist man halt noch schneller, also wirkt sich natürlich noch mehr aus und genau deshalb habe ich mich dann in weiterer Folge entschieden, wie gesagt, wir fassen jetzt einfach alles zusammen, damit ihr einen Überblick bekommt, Bremstests mit dem Video zu machen, um euch zu zeigen, wie, bitte beurteilt selber, gut oder schlecht dieses Ding bremst, da bin ich auf einem Trainingsgelände gefahren und habe aus verschiedenen Geschwindigkeiten nur mit der Vorderbremse und mit beiden Bremsen gebremst und ja, könnt ihr euch hier anschauen, habe ich schon vor einigen Wochen gedreht, ging aber jetzt erst vor kurzem online, weil so viele andere aktuelle Videos waren, habe ich aber eben jetzt bewusst geschaut, dass ich das noch vorher letztendlich online stelle, damit ihr auch auf die Bremstests zugreifen könnt und einfach selbst urteilen, wie ihr das seht, ich finde es also durchaus gefährlich, wie hier die Verzögerung ist, es gibt ja auch Modelle mit Scheibenbremsen, die sogar günstiger sind als der Ninebot ES2 oder ES4, zu denen ich tatsächlich jetzt tendieren würde, wobei man sagen muss, die Reichweite ist meines Wissens und ich freue mich schon wieder auf den wertvollen Austausch, weil diese Videos leben viel mehr vom Austausch als von dem, was ich euch hier sage, nehmt das eh auf, ja und da werden wir uns jetzt auf jeden Fall austauschen, das Optimum eben alle hier finden, meines Wissens ist das der einzige E-Scooter, der wirklich die Reichweite von 45 Kilometer angibt mit Zusatzakku und Real halt dann auf jeden Fall ausreichende Reichweite, auch für Leute wie mich, die eben das zum in die Stadt fahren 8 Kilometer, 9 Kilometer verwenden und auch Steigungen dazwischen haben und auch nicht die leichtesten sind, vor allem mit dem Gewicht und das hat man auch im Video mit Thomas gesehen, macht es, also wenn man so wie ich etwas schwerer ist, dann macht das nur mit dem Zusatzakku fast Sinn, weil ohne geht also bei der leichtesten Steigung dem Ding schon komplette Boost aus, bisweil geht es einfach dann nicht mehr, ja, aber wie gesagt, das sind jetzt die Zusammenfassungen der Erkenntnisse und dann kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, nämlich einer Federmeldung, die ich mal hatte, wo nichts mehr ging und da gibt es einen Trick, wie ich das wieder zum Fahren bekomme und zwar war ich beim Interspar mit dem Gerät, eh bei halb guten Wetter nur, aber mir ist ja mein Auto auch noch eingegangen zwischendurch, ja, die Leute, die meinen Kanal verfolgen, haben das sicherlich mitgekriegt, deshalb habe ich jetzt auch ein neues Auto mir kaufen müssen, gibt es auch eine eigene Playlist zum Thema Fahrzeugkauf, wo jetzt die letzten Videos dann darauf eingehen, wie mein eigener Fahrzeugkauf diese Wochen ausgesehen hat und da ich da kein funktionierendes Auto hatte, bin ich dann mit dem zum Essen gefahren, zum Interspar-Restaurant, das sind einige Kilometer von mir zu Hause und was ist dann passiert und ich erzähle das jetzt bewusst so detailliert, damit ihr gewarnt seid, falls ihr dieses Gerät habt oder kaufen wollt, es gibt eine Funktion, wo man das Gerät gegen Diebstahl sperren kann, da geht die vordere Bremse rein quasi und wenn jemand versucht wegzufahren, dann löst du den Alarm am Smartphone aus in der App, solange die verbunden ist über Bluetooth und es bremst und leuchtet das Bremslicht und man kommt praktisch nicht weg und es biebst auch, ja, dachte mir, gibst die Funktion jetzt mal rein, habe ich noch nicht wirklich viel verwendet, weil ich kann ja nicht mit dem E-Scooter zum SP-Restaurant, also ein Selbstbedingungs-Restaurant, ja, ich kann ja dann nicht den Scooter rollen und das Essen und so weiter, mir dachte, lasse ich den am Tisch stehen und war alleine unterwegs, weil ich ihn dort habe, gebe ich mal die Sperre rein und gehe das Essen holen und während ich Essen holen ging, offensichtlich ging die Verbindung von der App weg zu dem Gerät, weil es ja doch ein Stückchen zu gehen war in das Restaurant hinein, also in diesen Bereich, wo man das Essen holt und als ich zurückkam, war dann eine Fehlermeldung am Display ist mir aufgefallen und mir noch nicht viel dabei gedacht, habe begonnen, mein Essen zu essen und habe mir gedacht, hoffentlich gibt es da jetzt kein Problem und habe dann schon während des Essens zwischendurch mal probiert, die App wieder zu verbinden, habe sie, jetzt habe ich es eingeschaltet, weiß ich nicht, die App zu verbinden, um das Ding wieder zu entsperren und das ging nicht. Ich konnte mich nicht mehr verbinden mit der App, aber wenn man sich mit der App nicht verbinden kann, dann kann man das Gerät nicht entsperren. Auch ein Versuch abzuschalten, zu resetten mit der Tastenkombination etc. hat alles nicht geholfen. Und da habe ich mir gedacht, das ist jetzt echt blöd, weil du kannst ihn nicht einmal nach Hause rollen, abgesehen davon, dass es wirklich weit, also schon vergleichsweise weit zum Laufen gewesen wäre für mich von dort. Man hätte ihn ja auch nicht rollen können, weil er blockiert hat die ganze Zeit das Rad. Da habe ich mir gedacht, das ist jetzt echt nicht gut, Gott sei Dank bin ich trotzdem immer relativ relaxed in solchen Situationen und suche nach Lösungen. Und ich habe dann beim Interspar gefragt, ob die nicht ein Werkzeug für mich hätten, einen Inbus-Schlüssel, damit ich den Kopf abmodieren kann. Denn ich habe dann währenddessen, während des Essens noch nachgelesen und damit ihr euch diese Arbeit erspart, weil das findet man fast nicht, weil da haben wenige dazu kommentiert, sage ich es euch jetzt. Wenn das wirklich mal passiert, also ich werde jetzt wahrscheinlich diese Sperrfunktion nicht mehr verwenden. Bzw. ist das jetzt dazu später ein ganz neues Gerät, die ganz neue Version, weil man den Sticker erkennen kann. Aber eins nach dem anderen. Ich werde den wahrscheinlich auch nicht mehr sperren, sicherzahlen oder werde das wenn einmal zu Hause vorher nochmal austesten. Aber wenn euch das wirklich passiert, dass sich das Gerät sozusagen aussperrt, wenn ihr es gesperrt habt, dann gibt es nur eine Möglichkeit, diesen Kopf abschrauben und ihr könnt euch beim Zusammenbau erinnern. Bzw. habe ich in meinem Video auch gezeigt, da muss man immer noch so einen Stecker zusammenstecken, wo dann praktisch dieser Kopf verbunden wird mit der Einheit unterhalb. Und den muss man einmal auseinandernehmen, wieder zusammenstecken, wieder zusammenbauen und dann funktioniert es wieder. Das hat mir natürlich viel Arbeit erspart, weil das Ding wirklich mehrere Kilometer nach Hause tragen, wäre bei dem Gewicht dann also schon mühsam geworden. Also ganz wichtiger Tipp, falls ihr euch mal aussperrt, kann man das nur durch diese Variante lösen, aber halt irgendwo betteln und einen Inbusschlüssel versuchen zu ergattern. Dann kann man das, einen Pass senden, dann kann man das reparieren. Danke an Interspar für die Hilfe mit dem Inbusschlüssel, ihr habt mir das Laufen erspart. An dieser Stelle wichtiger Tipp. Gut, und vor allem den Scooter, den schweren tragen, wäre ja auch nochmal mühsam gewesen. Und dann bin ich jetzt vor einigen Wochen, auch aufgrund der dazu, dass mein Fahrzeug, mein Auto kaputt war, wieder mit dem E-Scooter in die Stadt gefahren. Wetter ist leider nicht so prickelnd in Österreich dieses Frühjahr. Außer zwischendurch, falls einmal warm. Und da hatte ich wieder dieses Licht-Brems-Problem. Also ich meine am Abend, dann hätte ich nach Hause fahren müssen und im Dunkeln und nach ein paar Kilometer, wo das Gerät warm geworden ist, meistens, wenn es ein bisschen wärmer wird, das Gerät, wenn man ein Stückchen gefahren ist und das Licht eingeschaltet hat, weil es dunkel ist, dann kommt das Problem, man gibt Gas und die Bremse löst, obwohl der Hebel nicht klemmt oder so. Und die Bremse löst wieder, löst die ganze Zeit sozusagen. Also die Bremse ist die ganze Zeit, wie sagt man, also wirkt die ganze Zeit. Und du kannst nicht fahren, weil es den ganzen Druck bremst und auch gefährlich ist, dass plötzlich reinbremst du in der Fahrt, obwohl man die Bremse nicht drückt. Das bekannte Licht-Brems-Problem, das ich eben in einem eigenen Video schon zusammengefasst habe. Ihr findet das in der Playlist und da haben wir uns auch darunter schon rege darüber ausgetauscht, über dieses bekannte Problem. Und ich habe dann eigentlich schon wirklich die Nase-Folge gehabt und da haben wir auch schon einige Kommentare, aber ich gehe gleich auf die in weiterer Folge auch einer unserer Community, die ganz, ganz wichtig sind, bitte. Und deshalb erwähne ich die nochmal, damit möglichst viele von uns auch diese Kommentare dann sehen können. Da haben wir schon viele Erkenntnisse gehabt und ich habe dann eigentlich die Lust an diesem Modell verloren, sage ich ganz ehrlich, am ES2 bzw. ES4 mit dem Zusatzakku, weil ich einfach empfunden habe, dass einerseits die Bremse nicht wirklich so gut geht und dann die ganzen Probleme waren und dann war auch schon das relativ klapprig unten beim Gabelkopf-Lager und man hat einfach gemerkt, das Ding löst sich also schon so ein bisschen auf, obwohl ich eigentlich gar nicht so viel gefahren bin und das hat mich nicht sehr glücklich gemacht. Ja, leider Gottes hat man mir verwehrt, das umzutauschen, obwohl es für mich wirklich wichtig gewesen wäre, weil ich ja kein Auto hatte in dem Zeitpunkt. Also für mich war das wirklich ein wichtiges Fortbewegungsmittel, weil mir genau das Outdoor noch eingegangen ist. Und man hat dann gesagt, trotz alledem, also nicht kundenorientiert und so weiter, aber gut, muss man verstehen, Sie können nach einem halben Jahr das Gerät nicht umtauschen im Rahmen der Garantie, sondern es wird, wenn dann eingeschickt und repariert, gut, aber zumindest Garantie, aber das würde ein bis zwei Wochen dauern und das heißt natürlich für mich und man muss jetzt auch sagen, das Gerät ist ja nicht gerade billig, wenn man ehrlich ist. Also billig ist es nicht. Ich meine, es hat in Summe ja doch gekostet 599 Euro das Gerät plus der Zusatzakku hat er dann nochmal gekostet. Moment, wo haben wir das? Zusatzakku. 229 Euro der Zusatzakku nochmal gekostet. Also von dem her nicht wirklich so billig, da kann man schon sagen, okay, als Übernehmer der Sache erwartet man sich, dass man auch damit dann fahren kann und nicht laufen. Ich war ja schon ganz am Anfang dort, haben sie nochmal zusammen und so weiter. Egal, lange Rede, kurzer Sinn, sie haben es dann repariert. Nach einer Woche konnte ich das Ding abholen. Ich habe mir dann einen Mietwagen extra nehmen müssen, was ja auch schon wieder Geld kostet und auch die ganze Zeit, die man dafür investiert, kostet ja eigentlich irgendwo Geld, aber bitte. Jedenfalls habe ich das Ding dann abgeholt mit dem Mietwagen, bin mit dem Mietwagen dann zum Westbahnhof, wo ich das sichste Auto wieder zurückgegeben habe und weil mein Auto eben kaputt war in der Zeit und ich nicht anders zum Mediamarkt hätte fahren können, bin dann mit dem Mietwagen zurück und vom Mietwagen habe ich mir gedacht, fahre ich gleich mit dem reparierten Scooter wieder nach Hause. So weit, so gut, das war der Plan, hat auch irgendwie funktioniert, aber es gab schon wieder ein neues Problem auf der Rückfahrt und zwar dachte ich mir, das ist komisch. Ich lenke irgendwie so und das Ding fährt gerade gerade aus und wenn ich gerade lenke, dann fährt es nach rechts. Also da stimmt was nicht und habe mir dann gedacht, okay, gut, wir korrigieren, halten wir das Rad und drehen wir den Lenker gerade und dabei bin ich draufgekommen, dass das Gabelkopf-Lager also komplett locker war. Das heißt, das Rad hat irgendwo hingelenkt und der Lenker irgendwo hin. Das war genau nach der Reparatur, das heißt, bei der Reparatur haben sie zwar sehr viel getauscht, also man hat das Steuergerät getauscht, man hat den Motor getauscht und man hat die Bremsgriffe getauscht. Also eh so ziemlich alles eigentlich, kann man fast sagen an dem und es war wirklich ein Kompletttausch fast. Alle Teile neu erinnern, aber am Ende hat es mir nichts geholfen, weil das ist extrem gefährlich. Also ich bin ja noch irgendwie vorsichtig nach Hause, aber es war echt so, also ich bin gefahren und irgendwo in der Unebenheit und das Rad hat es plötzlich dann in eine andere Richtung gedreht, weil es ja komplett frei war durch das Spiel in dem Ganzen. Also absolut ärgerlich und dann habe ich mir ein Auto wieder ausbauen können, einige Tage später und bin dann also wieder hin und habe gesagt, das kann es jetzt echt nicht sein. Und dann haben sie mir gesagt, gut, wir tauschen aus. Ich hätte eigentlich ganz gern, wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich auch schon ganz gern das Geld einfach für das Gerät zurück gehabt, weil ich habe das auch da reingeschrieben in den Kommentaren eben, ich kann ihn nicht unbedingt mehr empfehlen und dann waren auch Erkenntnisse eben aus unserer Community, wo man gesagt hat, also das Ding auf keinen Fall wieder und sehr gefährlich zu verwenden. Lange Rede, kurzer Sinn, man hat mir nicht das Geld zurückgegeben, man hat ihm angeboten, diesen ES2 wieder zu bekommen, also auszutauschen nun. Und jetzt kommt diese ganz wichtige Erkenntnis vom, und ich suche euch den Kommentar jetzt auch raus, vom Paul, der eben gesagt hat, es hängt davon ab, welcher Sticker da oben ist auf der Verpackung. Und ich hatte immer den gelben Sticker und der gelbe Sticker war die erste Serie. Und sie haben dann in der zweiten Serie sozusagen eine Version 2 gebaut von dem ES2. Also war vor, der ES2 ist wieder der ES2, aber der ES2 in der zweiten Version. Und den haben sie angeblich deutlich verbessert, vor allem wie der Paul auch schreibt, weil sich diese ganzen Scooter-Sharing-Firmen extrem aufgeregt haben, die ja Unmengen von den Dingern gekauft haben, dass die nach wenigen Wochen eben schon kaputt ausgewirkelt waren und nichts gehalten haben. Und man hat dann also das Gabelkopflager angeblich deutlich verstärkt. Man hat, und man merkt auch, wenn man den jetzt angreift, also der ist deutlich massiver, jetzt nicht von der Farbe her, das ist egal, wobei mir die Farbe auch besser gefällt, ehrlich gesagt. Passt auch besser zu meiner GoPro. Aber man spürt wirklich von der Materialanmutung, vielleicht bilde ich mir das auch ein, aber nein, ich bilde mir das nicht ein. Also vom Gelenk und von allem her, das ist deutlich hochwertiger und massiver geworden jetzt. Das muss ich also ganz klar sagen. Und ganz wichtiger Tipp eben für alle, wenn ihr ihn kauft, schaut, wie der Paul hier richtig schreibt offensichtlich, dass der grüne Sticker drauf ist, wenn das so stimmt. Aber ich muss sagen, das dürfte also tatsächlich was haben. Die alte Version wurde circa bis Mai 2018 gebaut, schreibt er da. Also ich dürfte da einfach das Pech gehabt haben, dass noch sehr viele von der alten Serien in Umlauf sind. Die müssen ja auch erstmal nach Europa geschippt werden, die Dinger. Und ja, also das ist eine sehr interessante Erkenntnis auch, die ich unbedingt zusammengefasst hier weitergeben möchte. Und bitte auch dazu austauschen unten in den Kommentaren, damit wir hier gegenseitig davon profitieren können. Ja, habe ich jetzt also den neuen bekommen. Bevor ich jetzt auf das neue Gerät eingehe, vielleicht noch ein paar wichtige Kommentare aus unserer Community. Der Anton hat auch sehr gut kommentiert, wie es ihm gegangen ist und welche Erfahrungen er gemacht hat. Er möchte jetzt praktisch mit einem Rechtsbeistand eben sogar vorgehen gegen dieses Gerät. Lest euch das durch. Ich blende euch das auch ein bisschen ein. Ihr findet das alles unter den Videos auch. Aber hier vielleicht ein bisschen einfacher. Denn es ist also so, dass bei ihm extremste Unfallgefahr war. Ich nehme an, vielleicht Anton kannst du uns das auch nochmal drunter schreiben unter das Video. Es geht aber eben auch bei ihm um die Version 1 mit dem gelben Sticker. Und zwar war es so, dass bei ihm hinten dieses, kann ich euch das jetzt zeigen, wenn man hinten bremst, bei der Bremse hinten, dieses Teil offensichtlich, sorry, ich weiß, das ist eine peinliche Nummer, aber das Ding ist jetzt so ein bisschen dreckig und schwer, weil ich heute damit gefahren bin, dass eben dieses hintere Teil, diese hintere Bremse quasi abgebrochen ist, während der Fahrt, aber ohne, dass er es überhaupt gemerkt hat. Und er ist dann praktisch drauf gestiegen und das hätte zu einem schweren Unfall mit extremer Verletzungsgefahr führen können, überhaupt im Straßenverkehr. Weil man muss sich vorstellen, du steigst hinten auf die Bremse und es gibt keine Bremse mehr, sondern du steigst mit dem Fußholter drehen im Rad. Kann ich nur voll recht geben mit dem linken Fußholter draufsteigen, hat er eben hier auch geschrieben und mehr braucht er eben auch nicht zu sagen und das geht also wirklich nicht, dass das... Und das habe ich auch von mehreren Leuten gehört, dass er auch da hinten, dieses Teil immer wieder abbricht und das offensichtlich vor allem nach meiner Erkenntnis jetzt in der Version 1. Also sehr, sehr gefährlich und das war bei ihm nach 90 Kilometern, auch nach dem neuen Steuergerät, er hatte auch das Lichtbremsproblem, wie quasi eigentlich fast alle, die die Version 1 haben oder vielleicht fahren es nicht alle, aber wir haben uns ja ausgetauscht, waren sehr viele, wenn man es in den Foren liest halt, was mein Eindruck ist, sagen wir es vorsichtig so, und bereits 90 Kilometer nach der Reparatur mit dem neuen Motor und dem neuen Steuergerät und diesem Zeugs ist also dieses hintere Teil bei ihm abgebrochen, bei mir war nach der Reparatur vorne wieder das Spiel so groß, dass es extrem unvergefährbar war. Also da muss ich sagen, wirklich schwere Kritik, finde ich. Ja, was sind jetzt noch weitere Erkenntnisse vielleicht, wichtige? Ich glaube, da war jetzt schon sehr viel drinnen für euch, wenn man das jetzt alles so zusammenfasst. Jetzt kommen wir noch, ja, dann fragt mich hier jemand, welchen Scooter ich jetzt empfehlen würde. Tue ich mir jetzt sehr schwer, was würdet ihr jetzt empfehlen? Ich meine, ich habe jetzt den wieder bekommen, ich hätte ganz gerne das Geld zurückgehabt und neu gewählt, aber wie gesagt, jetzt mit dem grünen Sticker und mit dieser Erkenntnis, vielleicht haben wir jetzt hier mehr Glück. Also, gute Frage. Allgemein kann ich sagen, ich finde die Idee des E-Scooters persönlich von diesem Mobilitätsgedanken, vor allem für First Mile, Last Mile sehr, sehr gut, selbst sehr umweltfreundlich, sehr, sehr verträglich eigentlich, aber es sind halt hier so die Dinge, Bremsweg als Frage und gesetzliche Regelung auch diesbezüglich, dass man hier also entsprechende Klarheit hat. Und da kommen wir jetzt zur nächsten wichtigen Erkenntnis, aber das Video hat jetzt schon 20 Minuten in etwa, deshalb mache ich jetzt einfach sozusagen einen Cut hier, weil das war das, was bisher passiert ist und jetzt werden wir im Teil 2 dann gleich in die Zukunft schauen. Ich habe nämlich heute in der frühen E-Mail bekommen mit einer Gesetzesänderung, die in Österreich mit 1. Juni in Kraft tritt und ich möchte euch dieses Gesetz im zweiten Video genau zeigen und auch die Problematik mit dem Zusatzakku, die sich daraus ergibt. Wir werden auch nochmal testen, wie es für mich wäre ohne Zusatzakku und mich interessiert vor allem auch, wie ihr das dann rechtlich interpretiert, wenn man die technischen Details von diesem Gerät in Bezug auf das neue Gesetz durchgehen, was ihr meint, wie man damit am besten dann umgeht. Auch wichtige Erkenntnisse, glaube ich, wenn man dieses Gerät fährt oder vorhat es zu fahren. Ja, das war jetzt so ein bisschen die Zusammenfassung, was ist die letzten 6 Monate passiert, was haben wir in der Community alles ausgetauscht. Mich würde freuen, wenn wir weiter hier Regenaustausch haben können, weil ohne Community wäre ich nie bei diesem Sticker gelandet, sage ich ganz ehrlich und hätte ich also wahrscheinlich schon viel früher aufgegeben und von dem her hoffe ich, dass möglichst viele Leute davon profitieren können. Auch von den Videos. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr die anderen Videos auf meinen Kanal schaut und vor allem den Kanal abonniert und die Glocke drückt, dass ihr sozusagen auch informiert werdet, wenn wieder was Neues auf meinem Kanal kommt, sei es zum Thema E-Scooter oder sonstige Videos von dem Thema Mobilität und wir uns weiter austauschen können. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Daumen hoch würde mich motivieren und jetzt bitte kommentieren, was eure Erfahrungen sind, was ihr dazu sagen könnt. Ich freue mich auf den Austausch. Tschüss, bis bald, euer Bernhard. Bis bald, euer Bernhard.